Nach dem dramatischen Overtime-Sieg in Spiel 3 wollen Manuel Garnal und Co. in Bozen den nächsten Schritt in Richtung Semifinale machen. Und der KAC legt in der Eiswelle auch gut los. In Überzahl gibt es gleich mal eine klasse Möglichkeit für Garnal. Der setzt aber den Abschluss knapp drüber. Dennoch der Matchwinner des letzten Duells zeigt auch an diesem Abend seine aktuelle Topform. Stefan Geier dann mit dem Schuss knapp drüber. Eine Führung für die Klagenfurter liegt in der Luft. Die Truppe von Kai Sukarnen feitert sich nach eher kompliziertem Beginn dann rein in die Partie. Olexak mit einer Topmöglichkeit auf die Führung. Ein Big Save von Madlena. Der Klagenfurter-Goalie hat kurz vor der ersten Sirene auch noch gegen Alex Petain. Das bessere Ende für sich. Mit einem 0 zu 0 starten die beiden Teams vor über 4.500 Zuschauern im Drittel 2. Bozen will da die Führung. Monado bedient es Susser. Die Scheibe will einfach nicht ins Tor. Im direkten Gegenzug taucht da ein 100 Pfund vor Torkoll auf. Tolle Kombination der Klagenfurter. Jetzt ist es aber Zeit für den ersten finnischen Topsafe an diesem Abend. Mitte des zweiten Abschnitts erhöhen die Foxes dann noch einmal die Intensität. Das Heimteam lässt nicht locker. Tomassoni bringt die Scheibe vor das Tor. Bernhard fälscht an die Stange ab. Man nähert sich also weiter an einen Torerfolg an und in Minute 36 klappt es dann auch mit einer Führung für die Italiener. Diesmal Clark mit dem Hammer und jetzt schlägt der Puck ein. Austin Smith fälscht entscheidend ab. Madlena muss erstmals hinter sich greifen. Der KC geht mit einem 0 zu 1 Rückstand in den dritten Abschnitt. Da zeigen dann aber die Rotjagnen aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ein Konter wird zielstrebig finalisiert. 100 Pfund, Garnal und Kosek lauten die Stationen. Torkoller wird von Kanadier bezwungen. Zehnter Treffer im vierzehnten Spiel für Kosek. Eine tolle Ausbeute, die sich in Minute 45 beinahe noch weiter verbessert hätte. Diesmal hat aber die Stange etwas dagegen. Kosek scheitert knapp. Und so sind es die Bozener, die für den nächsten Treffer im Spiel sorgen. Die 55. Minute. Angie Liedis findet Robin Gardner. Drittes Saisontor für den Schweden. Erster Playoff-Treffer für den Defender in der EBL. 2 zu 1 für Bozen. Die Südtiroler biegen auf die Siegerstraße ein. Aber wie im letzten Duell hat auch Spiel 4 in der Schlussphase noch eine Wendung zu bieten. Steve Walker nimmt Madlena vom Eis. Die letzte Minute läuft. Im 6 gegen 5 wird Bozen eingeschnürt und dann ist Manuel Garnal zur Stelle. 2 zu 2. Der Matchwinner von Spiel 3 gleicht 31 Sekunden vor der Sirene aus Klagenfurt. Er zwingt eine Verlängerung. Da hat dann allerdings das Heimteam das bessere Ende für sich. Sensationell die Entstehung zum Siegtreffer. Goalie Choukola leitet ein. Helmo dann weiter zu Oleksak. Und der Mann aus Thunder Bay sorgt für ein Donnerwetter. Lässt die Emotionen hochgehen. Oleksak entscheidet Spiel 4 zugunsten der Bozener. Die stellen damit in der Serie auf 2 zu 2. Am Sonntag gibt es dann die nächste Folge des Dramas. KC gegen den HCBS Südtirol. Ja, ich meine, es ist crazy. Ich habe mich nicht zu strecken, aber es ist toll, aber es ist toll, dass sie einen in. Obviamente Pech hat es gemacht, dass die Helms gemacht hat und Helms gemacht hat. Und Helms hat es gemacht, dass ich mich in der Nachhinein bin. Wir hatten die Chance. Ich meine, wir verletzten die 3-3, ich glaube, es war 15-3, der Schatz. Und, you know, gut teams, wenn du sie eine Chance hast, das ist, was passiert. Und wir hatten zu über die Overtime, um die Chance zu gewinnen, das Spiel. Und, you know, our guys waren gut, aber es ist ein schwerer Defensive Series. Und die Goals sind ein premium, für sicher. Und sie haben das in Overtime.